Die Begeisterung beim DAX, die hält sich noch in Grenzen. Wir gucken hier auf den DAX Future, damit wir so ein bisschen das Intraday und das End of Day geschehen, also das, was außerhalb der Handelszeit eigentlich, müsste man sagen, stattfindet. Und wir sehen, dass das, was wir jüngst jetzt hatten, auch seit den frühen Morgenstunden schon eine deutliche Abwärtsbewegung war. Aktuell so ein bisschen in der Seitwärtspause, so wie es aussieht, mit besten Chancen, dass sich das Ganze nach unten noch ein bisschen fortsetzt. Warum das Ganze? Naja, wir hatten ja übergeordnet in den letzten Tagen schon mal so halbwegs darauf hingewiesen, wir sind hier in einer starken Abwärtsbewegung, das Korrektiv nach oben. Und eigentlich ist das hier ein möglicher Trigger für die Short-Seite. Das heißt, wenn wir die Tiefs vom 23. Januar, vom 23. Januar mittags, vormittags, wenn wir die durchstoßen, haben wir vielleicht eine realistische Chance, dass der Kurs das, was wir hier vorne haben, da hinten noch mal erweitert. Also zumindest mal Ziele. Ich mache es mal in groß, dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Ziele bis in etwa 14.850 roundabout. Da wir aktuell gerade dran sind, bin ich drauf und dran, das euch auch als Trade noch vorzuschlagen. Also haltet ein bisschen die Ausschau Nach dem Trade des Tages vermutlich, beziehungsweise dann für die Born for Trading Freunde, da wird das dann auf der Liste mit Screenshot dann entsprechend dann auch noch mal zeitnah angegeben. Das wäre zumindest mal eine Idee, die wir hier haben. Die Abwärtsbewegung ist stärker, die Aufwärtsbewegung ist klar korrektiver durch die Überschneidung und das wäre das Ding mit Ziel hier. Wir können das Ganze noch mal in Relation setzen zu dieser Korrekturbewegung, die wir haben, nur dass wir die Größenordnung mal haben. Dann sehen wir, das wäre eigentlich schon hier ausreichend gewesen, wenn es mit dieser Korrektur hier sozusagen übereinstimmen sollte. Aber auch diese Größenordnung ist noch völlig in Ordnung und ich sage mal, diese 1 zu 1 Korrekturgröße, die halte ich für sehr realistisch. Wer jetzt hier genau hinguckt, sagt, welches Hoch hätten wir da nehmen müssen, da bin ich ein bisschen ungenau, denn das ist das, was am wenigsten schön ist hier, nämlich der Start dieser Bewegung. Da müssen wir mal im 15-Minuten-Chart so ein bisschen gucken, dann seht ihr, wir haben hier mehrere Hochs. Welches ist jetzt das Richtige? Was passt mit der internen Struktur? Ich muss gestehen, da lege ich mich jetzt nicht so sehr fest. Aber wenn ich mich entscheiden muss, Abwärtsbewegung im Vergleich zur Aufwärtsbewegung, sag mal, welche ist die stärkere? Dann muss ich ganz klar sagen, ist das die klar korrektivere und da der Rücksetzer so hochgelaufen ist. Für diejenigen, die jetzt sagen, was meint ihr denn damit? Messt einfach mal von einem der Hochpunkte. Das macht jetzt nicht viel aus. Diese Geschichte, dann erinnert ihr euch, ich sage ganz regelmäßig, da ungefähr muss eine Korrektur rein. Ist ein bisschen drüber, das ist schon in Ordnung, also das ist ja nur so ein grober Richtwert. Das heißt, die Chance, dass das als Korrektur jetzt dann als nächstes in diese Richtung weiterführt, wenn er denn triggert, aber da ist er nicht mehr so arg weit davon entfernt, die ist relativ groß. Also wir reden hier nicht von absoluten Zahlen, ganz sicher, dass das passiert, aber von einer realistischen Chance, dass der Kurs zumindest mal bis dahin läuft und dann, wenn es sich wirklich das bärische Bild durchsetzt, vielleicht an der Stelle sogar nicht mal dreht, sondern sogar noch weiter nach unten geht. Aber ob das passiert oder die Abwärtsbewegung, das wird hier entschieden und nochmal namentlich genannt. Wie gesagt, wartet da mal auf meinen Hinweis. 14.850 roundabout wäre hier für den Märzkontrakt eine Zahl, die man da im Hinterkopf haben kann oder haben sollte. So, also in diesem Sinne, nicht so wirklich überzeugend, was der DAX hier auf dem Weg nach oben hat, passt das zum amerikanischen Bild, das sollten wir uns ja auch nochmal angucken. Da muss ich sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die wirklich in Einklang sind, aber, was erzähle ich, das war der DAX ja schon die letzte Zeit schon lange nicht mehr, dass das wirklich 1 zu 1 das Gleiche ist. Auch beim amerikanischen Index kann ich mir vorstellen, beim Dow Jones hier, dass wir früher oder später nochmal tiefer gehen, vielleicht nochmal mit diesem einen Umweg hier. Das kann aber durchaus sein, dass der DAX das innerhalb einer stärkeren Abwärtsbewegung, etwas sanftere Aufwärtsbewegungen macht. Das ist ja denkbar, also dass diese Anstiege hier passieren, quasi während der DAX ja auch nochmal ein bisschen nach oben geht. Das ist alles relativ leicht möglich und würde diese Idee grundsätzlich nicht konterkarieren. Also von der Seite aus gäbe es das Platzset für die Abwärtsseite und wenn das so ungefähr ähnlich ist wie das, was wir hier vorne oder sogar das hier hinten haben, dann haben wir sogar noch Platz tiefer, also Richtung 32.000, locker vielleicht auch 31.500 und unter Umständen auch noch ein klein bisschen tiefer. Wie sieht es vom S&P aus? Der S&P 500, in dem Fall ebenfalls der Future, der sieht sogar noch fast am besten aus, nämlich die Abwärtsbewegung, die wir hier haben. Da würde ich eher sagen, naja, aber das ist doch, auch wenn das Trennkanal-mäßig nicht so richtig aufgeht, weil entweder passt es oben einigermaßen, aber unten nicht oder unten passt es dann oben nicht. Aber ich sage mal, tenormäßig ist das hier sicherlich keine starke Abwärtsbewegung. Das sehen wir schon wieder an dieser starken und überschneidenden Gegenbewegung hier. Ich sehe also eine realistische Chance, dass der Kurs hier im Anschluss das nach oben nochmal toppt, wenn, das ist ganz wichtige Bedingung, er dieses oder noch dieses Zwischenhoch hier nach oben toppt. Zur Sicherheit würde ich lieber das obere nehmen, das ist ungefähr bei 4040 in etwa und 24.06.35 Uhr, also jetzt muss nicht Millimeter genau sein, aber ungefähr das. Das hier wäre ein etwas aggressiveres, das ist bei 4030, 75, vielleicht bei 31 dann ein Entry. Wenn er das jetzt hier macht, das ist so im Nahkampf-Chart so halbwegs die Überlegung nach oben. Ich weiß, das finden viele komisch, wie jetzt der Long, der andere Short, aber macht doch den Test mal selber, vergleicht doch mal, wie konsistent das hier mit dem DAX übereinstimmt oder eben abweicht, dann werdet ihr feststellen, im Zweifelsfall haben die phasenweise überhaupt nichts miteinander gemein. Sprich, auch der Nasdaq ist eher etwas für die Aufwärtsseite in der Fortsetzung dieser Bewegung. Ja, dann machst du dazu auch nochmal eine Trading-Idee, ja, aber wer vorhin ein bisschen aufgepasst hat, ich mag gerne, wenn diese Rücksetzer groß genug sind, jetzt habe ich mich irgendwie komplett verklickt, da müssen wir hinklicken, ich mag das, wenn die groß genug sind und wenn ich jetzt diesen Anstieg hier mal nehme, diesen hier, ich mache das mal vereinfacht hier und hier wieder Fibonacci, dann denkt ihr dran, hier muss eine Korrektur rein, damit sie mir wohlgefällig ist für einen Long-Einstieg. Hat aber noch bei weitem nicht erreicht, das heißt hier jetzt den Long handele ich nicht so gerne, weil die Gefahr, dass die Korrektur noch ein bisschen ausgedehnt wird und später erst hochgeht, einfach zu groß ist, denn das hier ist so die Hauptkorrekturzone, die man für den Handel ganz gut umsetzen kann. Wer es nicht lesen kann, ich sage mal so ganz grob von 11.750 abwärts bis 11.535 ungefähr. Das ist nur so eine Richtgröße, aber bis dahin hätte ich es gerne. Das Tief war hier allerdings bei 11.835 schon zu Ende. Boah, das ist dann doch noch ein gutes Stück entfernt. Also wenn es nach mir geht, gerne noch mal ein kleines Stück tiefer und vielleicht ist das so der versöhnliche Ansatz, dass DAX und selbst der Nasdaq sogar noch übereinstimmend sind. Zusammenfassend beim DAX habe ich eine ganz gute Idee für die Short-Seite. Zumindest mal sieht es ganz gut aus für den Nasdaq und den S&P. Da bin ich eigentlich eher auf der Long-Seite von der Idee, von der konkreten Umsetzung ehrlich gesagt nicht so sehr. Wäre es eher ein Fortsetzungstraight. Das müsst ihr dann euch selber überlegen, ob ihr diese Zwischenhochs, die ich ja eben schon genannt habe hier, ob ihr die für einen Einstieg nutzen wollt. Ich mache es nochmal groß. Das wäre im Prinzip, naja, eigentlich diese Marke jetzt schon gewesen hier. Aber ihr seht schon, wie stark das wieder runtergekommen ist hier zur Eröffnung auch oder im Rahmen auch der typischen Terminlage. Also da ist noch viel Bewegung, Schwung da in beide Richtungen. Tendenziell sind das allerdings eher Zeichen für die Fortsetzung nach oben, denn das ist weitaus schwächer in der Abwärtsrichtung als das, was wir in der Aufwärtsrichtung haben. Also richtig begeistert für Short bin ich beim Nasdaq und beim S&P noch nicht. Der Dow Jones ist so ein bisschen aus dem Rhythmus mit dem DAX, aber auch eher in DAX-Richtung. Also für die Abwärtsseite vielleicht nochmal mit einem kleinen Zwischenanstieg. Aber ich denke, auch da ist die Abwärtsseite die bessere. Aber dabei will ich es jetzt mal im Moment belassen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Toi to toi, ganz liebe Grüße und bis bald.